Das passt, das ist angeschweißt. Nie wieder wird sowas passieren. Ich muss mich erstmal ausruhen und auf dem Sofa schnapp. Mhm. Ja, ja, ja. So, das geht nicht, das Pärieren will ich. Okay, das ist okay. Boah, das ist lästig. Das ist richtig lästig. Haben wir Signale? Nee, haben wir nicht. So. Achso. Ich wollte die schweißen. Dich. Na ja, gut. Fuck, da fehlt noch so viel. Die Frage ist natürlich, das hier ist noch im Takt. Wie sieht es hier vorne aus? Eigentlich auch gut, okay. So. Achso. Ah. Na ja, vielleicht ziehen wir uns. Ist schon okay. Lege den Pär. Okay. Sehr gut. Was fehlt denn hier eigentlich? Warum schmeißt er die nicht fertig? Haben wir keine ... Stahlplatten muss er doch mal haben, das gibt es nicht. Gut. Du hast ja das letzte aktuelle Blueprint hast du ja. Ich hab ... Das Blueprint ist drin, das letzte aktuelle. Ich glaube wir sägen den Kahn auseinander, dann können wir ihn auch reparieren. Auseinandersägen? Wo willst du denn auseinandersägen? Wo willst du denn auseinandersägen? Ja, irgendwo recht mittig hier am besten. Also, den hier. Hier. Geht sich das mit dem Hangar noch aus? Warte mal, der zweite, warte ... Weiß nicht, siehst du das? Ne, das ist doppelt. Eins, zwei ... Wie viele sind denn da drin frei? Ne, den können wir nicht nehmen. Wir müssen ... Uh, Hellflow ... Wir müssen den hier nehmen. Weil sonst sind wir ... Also die Reihe. Ja. So, ich werd mich mal ganz kurz aufladen. Wir müssen natürlich die Build and Repairs jetzt ausmachen. Das ist natürlich jetzt richtig mutig. So. Achso, du färbst schon. Oh ja, gut. Ich hab nur mal kurz ... äh ... Dinge zu. Willst du das von Hand abbauen? Nein. Ich will's aber erst mal markieren, bevor wir hier ... Bevor wir hier Tabula Rasa machen. So. Okay. Huch. Was passiert hier? Ja. Ja. Huch. Äh ... Okay. Das hast du jetzt schon durch ... äh ... Oh ja, durchgefärbt. Ich hab durchgefärbt. Ja, soweit es geht halt. Dann gucken wir mal ... Ich lass mal einen Projektor anzeigen. Wir brauchen ja dann E2. Projektor. Äh ... Äh ... Block im Terminal anzeigen. Off hat anzeigen. Okay. Na komm. Plopp auf. Hm. Hast du ihn gefunden? Nee, er ploppt noch nicht auf. Äh ... ja. Ach, da hinten. Der ist im hinteren Teil. Das heißt, wir müssen vorne noch einen platzieren. Das ist ein heikles Unterfang. Das ist so ne schöne ... So ne schöne ... äh ... Wie sagt man da? Ne schöne KEC-Aktion jetzt, die wir hier abliefern. Ja. Ja, aber ... Wenigstens recyceln und reparieren wir, ne? Ja. Das stimmt. ... ... Ein Motor. Motor. Nicht möglich. ... Bitte sag mir nicht. Haben wir noch Motoren? Nein. Wir haben gar keine Motoren mehr. Und jetzt würde mir die Industrielle sagen ... Wir brauchen dafür Nickel. Nickel ... Haben wir gar keines mehr. Ist schlecht. Das heißt, wir müssen in den Astroiden und fliegen? Ja. Ohne Nickel geht hier gar nichts. Wie schön, dass hier nicht ein einziger Astroiden in der Nähe ist. Ja. Das ... Haben wir ja gleich. Glaube ich. Willst du fliegen? Oh, nö. Kannst ruhig fliegen. Okay. Oh, ich mach mal Hangar zu. So. Ist jetzt die Frage ... Vor da wieder was reinkommt, was nicht reinkommen sollte. Ist jetzt das Ding ... Ich seh aber auch ... Ich seh nicht einen Astroiden hier in der ... Das war ja meine Aussage gerade. Ja, ich weiß. Ich seh aber auch keinen. Wäre da sein können nur, dass du blind bist. So. Ja, schön zum Mayday fliegen. Das ist das, was wir brauchen. Mhm. Äh ... Bisschen Teile sammeln. Wir können uns natürlich auch diesen Mining Transport schnappen da oben. Wir fliegen nicht. Tatsächlich. Also wir ... Doch. Jetzt bewegen wir uns. Hä? Da sind Sachen auf ... Hä? Hä? Ionen ... Peri ... Trifferge? Die sollten wir mal anmachen. Ich vertiefe mich mal in die Karte und guck mal, ob ich irgendwo was in der Ferne finde. Ja. So. Was ich schlecht finde ist, dass der greift nicht mit den Triebwerksdämpfungen. Das ist richtig schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. So. Aua. So. Nein. Ich will nicht stimmen. Oh. Da vorne ist aber was. Da vorne ist einer. So. Wo geht's hin? Da. Schauen wir mal. Äh. Sprung an. Masse. So. Ja. 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 Das machen wir uns halt mal Schritt für Schritt ran. Okay. Lassen wir mich hier laden. Ah. Das ist nur. Das ist ein Asteroid. Da ist der Safepoint. Da wollen wir nicht hin. Da wollen wir nicht hin. So. Auf keinen Fall. Oh. 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 Ja. Abwärts. Ja. 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 Schauen wir mal mit dem jetzt hier mal ein bisschen. Oh ja, da vorne ist schon mal einer, das ist gut. Warum macht er vorne Irgendjemand hatte da rumgespielt. Deswegen hat der nicht gebremst. Super. Das erklärt einiges. Wie kommen die Gäste? Bitte, 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 bitte. Wenn nicht, wo waren sie? Da unten. Können wir auch nochmal hin. Der Safe-Bone, der irritiert mich. Unglaublich. Ist wahrscheinlich nicht so safe für uns. So. Klebt da eine Basis drauf? Nein. Eis. Okay, Eis ist nicht schlecht, aber... Ist jetzt nicht unbedingt das, was wir brauchen. Ja, Low Health. Ich weiß. Ich weiß. Das Low Health. Hier wird ja wohl nicht nur Eis sein. Oh doch. Hier ist nur Eis. Okay. Dann müssen wir da runter. Was soll's? Eis ist das Letzte, was wir jetzt brauchen. Eis ist schüttend. Nein. Schieben wir den Karma richtig an. Ah, was wird das gut, wenn der wieder so halbwegs einsatzbereit ist. Da muss man uns wenigstens nicht mehr verstecken. Die vorne bliehen nicht mal. Okay. Und... Werdet mit dem... Eisennickel. Ja. Ja. So. Okay. sehr gut werden wir mal rausfliegen hier aus dem Hof gut, dass es der Bora überlebt hat achso, hier ist Zeug drin, das wollen wir nicht so komm mal, Inventar Frachtcontainer ich hab doch achso, falsche Seite Frachtcontainer voll weg damit auch voll das gibt's ja nicht haben wir nur noch zwei shit na, das kann ich nicht glauben genau da da sind immerhin die Sachen frei Sachi, lebst du hier? du hast was gefunden, ich hab nämlich in den Unterlagen nichts gefunden also nickel ja, manchmal ist das Auge doch mein altes knaisauge doch zu was gut bin ich umsonst Kapitän geworden so das heißt, die wichtigsten Sachen haben wir schon mal hier, um das Ding dann auf jeden Fall wieder zusammenzufügen also okay ähm ja, ja jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir ähm auch die Ressourcen da reinbringen magst du mal die andere Seite aufmachen vom Hangar? das wird mir nicht viel helfen, weil da ist die Parry und ich flieg schon mitm ah, du fliegst schon, achso ich hätte eigentlich gar kein meinfähig von dem Torstand achso so, was ist da böses? ach das ist das Mayday Signal? komm ich mal komm ich mal hm was haben wir jetzt gebraucht? Motoren, ne? Waren das so? Motoren, ja also ganz vorne rein am besten hm ja, ich glaub ich schmeiß mal die ganze Munition und so schmeiß ich da mal raus ähm wahrscheinlich wird das easy gleich wieder ok ok, er lädt's aber zumindest aus hab ich gedacht ne, tut er nicht und da hin ok hier ist auch noch was drin ok 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 hier ist auch noch was drin irgendein Bohrer ist nicht angeschlossen was ist denn los? was ist los? der ist heile der ist heile ah ja ja er hat's nicht ganz überlebt der Bohrer so hm warum? weil da oben ein bisschen was beschädigt ist aber das haben wir gleich wieder das haben wir gleich wieder dann kann ich die wieder rausnehmen oh so, noch 2 ok ok inventar ich mach mal gleich noch einen Flug brauchen wir aus dem Motoren jetzt noch was das ist die Frage ja also das war jetzt das was wir auf jeden Fall plattenhammer plattenhammer und mass ich weiß ich weiß dass wir kein Silizium haben das heißt wir können die Fenster nicht bauen aber zumindest mal die Träger dafür also das dürfte jetzt nicht so das Problem sein ja Träger haben wir tatsächlich noch ja und die könnten wir jederzeit wieder bauen also so hm wir haben auch noch Panzerglas ok 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 reichen dir knapp 10.000 Panzerglas? mhm mhm ja wird schon reichen ist eh nur für unten für den Konferenzsaal könnten auch 11.000 sein ja das passt schon so Träger so ich glaube das reicht und schau mal bei den dass man den vorne da schweißen kann da habe ich nichts mehr drin ok dann dann ich habe mal so um die 1.000 wo du vorhin den Auftrag gegeben da ich schätze bei 700 Projektor hinten Projektor vorne die sind auch richtig oder? hm ja weil den hinteren quasi das war ja der wo benannt schon drin war mhm und der andere war vorher noch nicht fertig gebaut ich ich muss ihn auch mal anmachen und würfe so Projektor oh vorne hat also das war hinten achso das war hinten ne das muss ich schon richtig machen sonst haben wir komm lass mich dich ausschalten wie wärs denn damit Projektor aus aus ok einstellen müssen wir sie danach hey was ist hier los ich hab ein paar Anzeigefehler im Bildschirm so äh Glück auf oder was also flexi flexi ja es kann beginnen dann machen wir die erst mal gucken nur demontieren ja es es kann die Lotion aus dem Korb nehmen ne zurück in den Korb packen so ok die fangen oben an ja gut es ist ist wurscht vollkommen wurscht hauptsache sie fangen an so so schön mithärben hier jetzt nur keinen ungebetenen Besuch dann dann ist alles gut das so 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 Vielen Dank.